Was ist hier los? Hä? Was ist hier los? Was? Was? Ihr sollt doch wegfahren oder nicht? Ja, ich fahr doch jetzt raus. Fahr los jetzt! Oder wollt ihr was klären? Willst du was mit einem klären? Sag mal! Nein! Komm raus hier, Alter! Was? Wie? Willst du Kollegen ficken oder was? Nein, wir fahren los. Was? Willst du Kollegen ficken? Hör zu, Alter! Kapiss dich hier! Komm nie wieder, Junge! Okay. Nie wieder! Hast du mich verstanden? Ja. Nie wieder! Komm nie wieder hier hin! Alles klar. Ja? Ja. Wir haben nichts gemacht. Wir haben nichts gemacht. Wenn er eingestiegen ist, fährst du sofort hier weg. Alles klar. Ja, alles klar. Und er auch nicht. Alles klar. Wir wollten nichts machen. Wir wollten nichts machen. Wir wollten nichts machen. Ja, das sagt er jetzt. Nein, ich schwör, wir wollten nichts machen. Steig ein. Steig ein. Steig ein. Steig ein. Steig ein. Mach den Motor aus. Mach den Motor aus. Mach den Motor aus. Mach den Motor aus. Ist aus. Ist aus. lassen wir kurz. Okay, ich bleib. okay, ich bleib lassen. Okay? mach den Motor aus. Weißt du, ich wurde gestern gelungen. warte spiel rund. Dann bist du nochmal geschlagen. Sec und warm geschlagen. lett sich los Billen Euro. Was ist los? Lassen Sie ihn. Hä? Lassen Sie ihn. Bitte, lassen Sie ihn. Bitte, bitte. Bitte, er ist schlecht, bitte. Was ist der? Er ist schlecht. Ja. Lassen Sie ihn. Bitte, ey. Bitte, bitte. Er übersteht bei uns. Sehr übersteht. Du hast gleich eine Minute Zeit, dann bist du hier weg. Wenn ich dich nochmal wiedersehe, bitte. Alles klar.